Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu WWE2K16. Yeah, es geht spannend weiter. Und er kennt ja meinen Gegner, den Yeah-Onkel. Yeah, Loser-Onkel ist wieder am Start. Äh, ja, schauen wir mal. So, und zwar darfst du heute wieder einen Wrestler auswählen. Yippie. Deswegen weiß ich noch nicht, welche Seite du bist. Und zwar darfst du wählen zwischen Recruit und Big E. Oh. Oh, die sind beide gut, äh. Richtig oder auch Recruit, Mann. Du nimmst einen Schindling oder einen, äh, einen dicken Neger. Ich nimm den dicken Neger, komm. Okay, dann bist du auf der rechten Seite. Okay, da bin ich ja schon richtig. Ne, ich nimm mal den dicken. Weil zur Not hoffe ich, dass ich mit dem ein bisschen was reißen kann. Recruit ist aber gut, äh, muss ich sagen. Äh, beide gut, äh. Die wollte ich eigentlich ungern gegeneinander kämpfen lassen. Na gut. Ja, Onkel, darfst wählen. Äh, naja. Der Schöne Ding gegen den Dicken. Ich kann den Recruit überhaupt nicht leiten. Ja, dann passt. Aber danke, 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 dass du mir wieder mal so'n blöden Penner gegeben hast. Ach, der ist ganz gut eigentlich. Ne, so nett. Also mir hat der Spaß gemacht, wo ich gegen dich gefeiert hab. Der hat mir schon ordentlich ein paar Siege reingeholt. Ah, der Big E auch, deswegen... Alle, die jetzt gerade hier vor dir dort stehen, haben der Sieger reingeholt, du Pfau. Das werden sie dort wo sie sind. Okay, everybody, dann gucken wir mal. Hä? Oh, man. Aua, hörst du auf? Der haut mich, seht ihr das? Hm, jetzt müssen wir mal das hier drücken. Aha, ich war schneller, korrekt. Hm. Ich bin doch rechts unten, ne? Bäm, Junge, so mag ich das. Ah, der hat so viel Schiss, du so... Du bist drehen brauchen, der Hatsch dazu. Ne, ne, ich hab schon einen Move gemacht jetzt gerade. Und nochmal. Hab ich dir gerade in die Klöte getreten? Alter! Ja! So ist schön. So, mein kleiner Rekrude. Jetzt mach ich dich mal zum Runen. Ah? Au. Bäm. Aber wir haben beide nur so kleine, kurze, versklavte... drei Punkte zum Ron-Kontern. Aua. Aua. Hä? Okay. Sehr verwirrend. Hehehe. Steh auf! Big E! Sei ein Mann! Jawoll! Oh Gott! Ich hab ja gemerkt, Fabriano ist nur zu besiegen mit dicken Pins... äh, mit schnellen Pins und, äh, mit irgendwas Überraschendem. Ja. Der meckert er zwar immer, aber er verliert halt auch, ne? Das ist so gut. Nein, hab ich gesagt. Du nicht. Äh, jetzt kommt der Big E-Bumms. Guck. Kabam! Big E-Bumms. Hehehe. Hehehe. Und, gekontert! Bamm! Aber das heißt nix, liebe Freunde. Ihr wisst ja, der Onkel, der kommt immer sehr schnell aus sowas raus. Wenn ich denn ein Konter hätte. Wenn ich denn ein Konter hätte, Konter hätte, Konter hätte, Konter hätte. Wenn ich denn ein Konter hätte, hätte ich ein Konter hätte. Hehehe. Hehehe. Kabam! Und der Mr. Big E. Du kannst auch rausstehen, ne? Hehehe. Hehehe. Okay. Ich hoffe... Oh, er kommt raus. Scheiße. Und dabei hab ich gedacht, du kommst nicht raus. Ah, jetzt muss er wieder mal an meinem Bein rumspielen. Die Sau. Was machst du da? Hehehe. Ich bring da neben. Das war jetzt geil. Och, joh. Peach. Peach. Deine Hardcore-Schläge, die mich zum Fallen bringen. Komm, steh auf, Big E. Sei mal ein Mann jetzt. Das hat dein S oder so? Ne. Wo? Was ist denn jetzt los? Ja, ich hab gedacht, was machst du für ein Move? Ich hab nicht mit gerecht, dass das ein Cover ist. Wie viel das meine ich? Wo ist immer irgendwas? Ja, irgendwas Neues. Was macht meiner denn am Hintern, Jucken? Ach, joh. Das war alles versöhnlich. Ich wollt schon sagen. Er covered jetzt hier, voller Freude. Aua, warum haust du mich denn? Noch nicht. Ich hab gesagt, liegenbleiben, Mann. Okay, Frauen. Und da kommt er. Ja. Oh, der Big Splash. Und super. Big Move coming. Ja, will ich hoffen. Hoffentlich geht der durch. Und geht der durch, geht der durch. Er hat gesagt, er geht durch. Ja. Und das Cover, das Cover, und das Cover. Oh, der ist knapp, aber er kam raus. Big E, Mann. Big E ist am Start. Doch, ist er. Ey, ich hab gesagt, hinden. Das hat, das hat... Das sagt man nicht so. Was war das denn? Pitch. Pitch. Ey, ich wollt eigentlich einen Move machen. Ganz komisch. Eine type of Smash-Mouth-Offense, Das macht einen WWE-Superstar. Denkst zweit über den Sektor-Kontrakt, um zu hoch zu gehen. Das ist, wenn du wissen, dass jemand eine Forst zu berecken wird. Und das ist Big E. Du kannst eigentlich sehen, dass... Was haben wir jetzt gemacht? Gewartet. Ach so. Ich war ja schon wieder ready zum Angreifen. To wait? Hmm. Meiner ist K.O., oder? Ja. Ach, das Cover... Das macht Stimmen. Das ist so geil, das ist echt geil. Oh nein, wieso, wieso denn? Wie geil. Wacht ein Move. Oh, der ist, ich bin dann schneller wieder fit als du. Ach komm, ich hab gedrückt. Oh. Nein! Warum? Irgendwie ist das hier anders mit dem Drücken als bei mir zu Hause. Oh, und noch unfairer Pin auch noch. Nein! Keine Chance. Scheiße. Aber Reg Hutes weiter. Nee, das war scheiße. Reg Hutes meine jetzt, ne? Ich glaub mir an anderen von dir. Ja. Sehr schön. Ich hab auch mal gewonnen. Scheiße. Mit sehr unfairen Mitteln müsste ich gewinnen. Ja, nur der Onkel gewinnt nur mit sowas. Nicht mit fairen Aktien. Merkt euch das. Richtig. Aber ich gewinne. Ja, ja. Ja gut, liebe Freunde, dann geht's morgen weiter. Bin gespannt. Big E ist raus. Rick Rude ist drin. Naja, nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bei WWE2K60. Bam. Ciao. Marm.